Hier kommt noch mehr Schmerz. Ich weiß, dass du da bist. Auch wenn ich dich nicht sehe. So, wir gucken mal, wenn wir hier jetzt lang gehen, ob wir da Richtung aufzukommen. So, lass mich. Lasst mich bloß in Ruhe. So, wir springen mal hier in die andere Seite hin. Und dann schauen wir mal. Da ist auf jeden Fall ein Aufzug. So, Zeit uns wieder dünn zu machen. Sehr gut. So, wir haben ein neues Upgrade. Schauen wir mal. 170 Punkte haben wir zur Verfügung. Kampfresistenz, Netzstärke, Schnellfeuer, die brauchen wir eigentlich eher selten. Wand-Explosion, ja, brauchen wir eigentlich auch eher selten. Also, ich würde fast sagen, wir warten nochmal auf 250 Punkte und nehmen dann die Kampfresistenz. Und hier sollten wir eigentlich hochkommen. So, müssen wir wahrscheinlich bis, jawohl, bis hier oben. Gut, wo geht's weiter? Ich würde fast sagen, ich würde fast sagen, dass wir hier auch wieder durch den Aufzug durch müssen. Das heißt, wir springen mal eben hier oben hin. Und dann holen wir uns den Typen hier. So. So, wo können wir jetzt hier am besten... Wo können wir jetzt hier am besten hin? Gucken wir mal, wenn wir hier an die Wand gehen. Dann läuft er uns genau in den Weg, genau. Und tschüss. Ah, so, ich bin hier gerade ein bisschen... Okay, jetzt sind wir ja wieder halbwegs sicher. Boah, diese Sicht ist manchmal echt ein bisschen schwierig, das alles zu koordinieren. So. Schauen wir mal, wo können wir hin, wenn wir hier... Wenn wir hier gleich in die Ecke gehen, beziehungsweise hier. Ah, jetzt hat er uns. Aber wir müssen aufpassen, die Jungs haben nämlich Gewehre. Und den machen wir fertig. Ah, da haben wir noch einen anderen, okay. Nichts zu melden. Langsam, Kinder. Ich habe genug Süßigkeiten für jeden von euch. Mir, wer, wer ist dir? Gut. Die Ebene haben wir auch recht gut gesäubert. Jetzt geht's in den nächsten aufzugreien. Ist alles okay? Mission ausgeführt. Wovon redest du bitte? Der Aufzug. Er ist außer Betrieb. Dauerhaft. Du hast den auf... Hast du dich lahmgelegt? Etwas übertrieben findest du nicht? Ganz ruhig. Ich sag einfach, du warst es. Warum nicht? Ein Eintrag mehr in der Akte tut auch nicht mehr weh. So, hier haben wir natürlich, wie auch, was auch sonst, einen Lüftungsschacht. In diesen Lüftungsschacht krabbeln wir einfach mal rein. Wie so oft. Was war das? So, hier könnte man ja... Hier könnte man ja ein bisschen Platzangst kriegen. Wow, das war knapp. Was ist das? Ah, hier ist irgendein Viech über uns, was uns versucht anzugreifen. Das ist ja auch interessant. Hey, ich suche dir einen eigenen Schacht. Hübsch, hübsch. So, hier ist eine Truhe. Die nehmen wir mal mit. Was auch immer das ist. So, und... Hier müssen wir noch das Kraftfeld deaktivieren. Halt deine Freunde nah bei dir, aber deine Feinde noch leer. So, hat das gereicht? Hat es nicht? Tja, aber wo? Aber wo ist die Atemkreuzung? Hä? Na? Ah, er hier. So, wie kommen wir hier jetzt? Denkst du? So, müssen wir die... Müssen wir die Typen hier... Die müssen wir wahrscheinlich in das Schutzschild reinwerfen, was? Und wahrscheinlich auch auf der Seite, ja? Jawohl. Super. Gut. Dann schauen wir mal. Und eine Videosequenz. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Alter Falter. Ich hab was gegen deine Erkältung, aber du wirst es nicht möglich. Ähm. Hallo Leute, danke. Sind die böse? Oder sind die gut? So, die scheinen nicht so gut zu sein. So, wie machen wir die? Wie machen wir die? So, und der andere muss ja irgendwo hier sein. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ist das der hier? Na gut. Ach, der hat uns ganz schön kalt gemacht. Ich hoffe aber mal, dass wir hier in diesem Raum wieder drin spawnen. Oder weitermachen dürfen. Aber das sollte eigentlich der Fall sein. Na, fast. Na gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt wissen wir ja, wie es hier funktioniert. Ja, aber deine Feinde noch näher. Ich kann zerstören die Generatoren mit den Wachen. Zack. Einmal. Nicht drängen. Ihr kommt alle dran. Versprochen. Und zwei. Zack. Und jetzt nicht erschrecken. Achtung. Was der aushält, ey. Und wie wenig wir aushalten. So, diesmal machen wir es ein bisschen geschickter. Okay, der ist ein verdammt zäher Bursche. Du bist erledigt. Alles klar. Dann müssen wir uns wohl nochmal wieder ein bisschen anschleichen. Ich habe den richtigen Kontakt verloren. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo ist der? Verdammt. Aha, da ist er. Kontakt. So, jetzt haben wir dich. Okay. Oh Gott, auch doch nicht. Gut. Nee, da geht es nicht weiter. Hier geht es durch. Na, mal sehen, was erwartet uns hier. Hier erwartet uns so ein komisches Ding. Kommen wir aber irgendwie noch nicht so wirklich ran. Gut. So, was gibt es hier noch? Was gibt es hier noch? Ah, nichts mehr. Okay, wir gehen hier weiter. Gucken wir mal. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, hier waren wir schon mal am Anfang. So, bevor wir hier weitermachen, machen wir hier mal 275 Punkte. Das heißt, Kampfresistenz werden wir um eine Stufe erhöhen. Dann halten wir hier mal ein bisschen am Computer rumspielen. Okay. Äh, Geschütze, Geschütze. Das hätte ich hier fast übersehen. So, einmal. Hasta la vista. Und dann gucken wir mal. Kommen wir von hier direkt zu dem? Jawohl. Sehr gut. Und hier haben wir noch eins. Das nehmen wir uns dann auch mal zur Brust. Was haben wir hier? Das war ja die Sache hier. Genau. Zack. Alles schon mal gemacht? Ah. So, jetzt aber. Einmal kurz durch. Zack. Und hier genauso. Und auch geschafft. So, jetzt. Gucken wir mal. Hier geht's. Ja, was auch immer. So, hier sind auf jeden Fall nicht so freundliche Geräusche. Ich überlege gerade, wo wir weiterkommen. Ja, ich glaube, wir müssen hier wieder raus. Gut. Dann schauen wir mal. Oh. Gut. Leute, 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 Leute. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. So, hast dich wieder beruhigt, Spidey? Sehr gut. Yeah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017